dadurch auch verstehe dann schläge mich mal hier geschaffen hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von der legend of the tears of the kingdom part 126 jahren letzten mal wieder an majori gefunden in einer höhle und dann haben wir hier in schreien entdeckt und natürlich auch gleich freigeschaltet und da ist wieder so ein abbild da geoglyphe da kann mir was untergestürzt von dem sturm da kann man sowieso jetzt hoch da könnten wir weitermachen jetzt aber ich möchte noch hier ist das ein eifakonstrukt was wir noch besiegen dürfen können und was wollten und hier geht es ja auch noch weiter also hier kommen uns erstmal hier um können wir hier irgendwo hinschießen lassen keine ahnung ob das sinn macht sollte ich vielleicht mal auf der karte erkunden macht ja vielleicht das macht sinn das ist ein bit da eigentlich haben wir da schon sieht so aus ne weil jetzt so farblich hat damit nichts zu tun soweit schießt denn das doch gar nicht war das ding oder wo soll es ein sonst hinschießen da wo die ganzen schreien sind schon so viele schreie freigeschaltet er anscheinend ach so ja und dann wollte ich noch den kaugummi automaten mal gucken was es da gibt man kann ja nie genug dieser teile haben gerade wenn man dann irgendwann diese ja diese automatische vorrichtung da bekommt um die teile denn immer herstellen zu können die fahrzeuge etc pp dann braucht man glaube ich auch genug von diesen auch haben wir natürlich genug teile um die herstellen zu können naja ist ja logisch in die hand ein werfen steht immer da ja dann land ist auch wirklich da drin gut warum müssen beschleunigen hat kommt raus ein flammenwerfer kommt da raus ok mal sehen wird dann noch kommt wir haben hier noch zeug schon genug konstrukte besiegt und rakete nur eine leider immer einzeln kommen die raus im tausch für diese konstrukt teile eine bombe auch eine zeitbombe auch schon erhalten immer was anders so ein flammenwerfer war ja ok ok gut wissen wir bescheid was wir hier weiter hier habe ich noch nichts weiter entdeckt es ist herrlich war hier wieder eine frost pflanze nee ihr wartet nach dachte schon die haben sie eine ähnliche farbe haben wir hier was zum hochkatapultieren erst gucke ich mal hier ob hier noch irgendwas ist wird wie eine kiste oder so auch hier ist auch so ein teil wir fallen dann nach unten guckt man jetzt auch wieder so ein altes konstrukt wo man was nutzen kann genau da kriegt man mal energie sphären aber die normalen die klein da jetzt auch nach oben okay da muss man sich dahin katapultieren müssen aber hier wird ja so weit sein zum katapultieren durch da also da kommt man auch hin hier ist nur wasser und eine kiste auch gut noch ein flammenwerfer je ok warum brauchen wir hier so viel flammenwerfer auf den scheinen da hat man ja trotzdem welche bekommen so jetzt war hier noch vielleicht ist hier so ein katapult jeder ist etwas anderes jetzt natürlich oder so ein gatter sieht aus mir einfach nur eine kiste aber die sieht auch besonders aus oder heiß luftballon gut mittels dieser dinge kommt man auch höher dann stimmt man auch da hochkommen aber wir haben ja hier sind schleuderteile zum katapult also ich erst das konstrukt machen mag danach ja weil hier ist ein schreien da kann man sich jederzeit hinter teleportieren genau man muss immer prioritäten setzen im spiel dahin möchte ich genau da ist dann noch eine arena war es fast aus noch mal gucken ob er so weit fliegen klubs irgendwie nicht doch doch hat recht voll aus geil cool nicht und keine gegner ist wieder in der kiste erst mit schatz karte passt auf die kriegen wir immer durch die konstrukte erst ne auch auch hier okay wo da direkt da waren wir doch schon mal offensichtlich vielleicht ist das was wir schon bekommen ich weiß nicht ich weiß nicht leute werden natürlich auch ich denke nicht dass karten die dann schon obsolet werden wenn man ja schon die rüstungsteile gefunden hat oder so oder was es da gab an schätzen ich glaube nicht dass sie denn nicht angezeigt würden also wäre natürlich cool aber ich denke nicht da meistens kriegt man noch durch die ist hier kein sonnenfleckchen das ist zu kalt wie sonnenfleckchen das sind da machte zünder wird zu gehen nö ich höre das nicht sieht nicht so aus ich glaube nicht dass da ein kleiner freund ist also ein krog unser 100 da gut ist hier irgendwo noch der turm club der ist eher südlich gelegen aber da ist wieder so eine insel kommen wir dahin von hier aus ist zu weit glaube ich das schaffen wir nicht jetzt schaffe ich nicht von hier aus macht es sinn dahin zu fliegen wo also da bräuchte erst irgendwie so ein flugzeug also sprich ein leiter oder so vielleicht aber oft machte jacken sind ja das fläche ist ein abgang richtung abgrund aber da kommt man auch auf andere art hin also das ist jetzt warum falle ich denn jetzt warum konnte jetzt nichts tun ich falle ich freue ich kann nicht machen ich kann den parasiegel nicht auswählen was fandet jetzt das hat die steuerung gespackt also ging jetzt nicht mit dem parasiegel überhaupt nicht jetzt war irgendwie ein kleiner glitsch drin oder ein bug ist ja ein kleiner wagner und glitsch ist ein bug nicht mehr nicht weniger warum warum hat das jetzt nicht geklappt ist ja seltsam gewesen so die taste wie ich das ging nicht leute ganz komisch zeigt natürlich angst wir probieren es hier noch mal aus sonst muss ich das spiel noch mal starten ja jetzt klappt es wieder ok jetzt die kiste weg hier mit der schatzkarte alles klar komisch ja jetzt klappt es sehr komisch gewesen wie man ihn mit nicht so gut da wir wollen ja zu der arena haben wir das hier soweit alles schon gemacht wird es nicht schön dass auch ein ballon oder ist der kann man schon vielleicht sieht von hier oben die anderen streine ja gut jetzt haben wir ja das oben schon gemacht das brauchen wir den heißluftballon nicht mehr da jetzt auch noch weiter leute geil vielleicht sollte mit dem heißluftballon dahin fliegen ja was nun eifern hat ja nicht heißt dass sie nicht gefährlich sind sache zielen klappen mittlerweile ich gut okay decken sprung macht der dort dauert immer so lange am besten man weicht erst mal aus und dann keine ahnung warum wird manchmal nicht machen das ist sein glück das ist die steuerung manchmal spack mal gesehen hat ein aufs andere mal also ich muss sagen könig die lanze ist stabiler als gedacht deswegen ist wahrscheinlich eine königs lanze weise und falls zu weit weg aber meine freunde helfen ordentlich mit also ich noch war da noch eine schatzkiste kriegen das wird aber jetzt im kampf 1 oder zum stampfroboter nicht nur im kampfroboter aber jetzt das ding da oben das natürlich schwer da kommt man jetzt schwerer 2 zu laden genau heute einfach ein bisschen auseinander geht ja auch hast du versucht war junger kann mittlerweile ganz kurz hier ja jetzt geht es gleich kaputt der bohrt kaputt ok dann nehmen wir die waffe das zweitbeste sind relativ schwach erst mal ausweichen jetzt dann klappt es auch auf anheben komisch sehr seltsam ist auch immer die gleiche von oben aus bearbeiten auch scheiße das war dumm unnötig macht halt deutlich mehr schaden jetzt habe ich leider keine keine waffe mit der die jetzt aufwerten könnte flammenwerfer noch ein neuer warum nicht ich kann jetzt leider auch keine ich gucke mit ach hier ist die kiste ok sie in seinem leib versteckt oder was immer wieder eine karte ok der nächste schatz wir freischalten können da auch ok das schon witzig dass die karten aus dem himmel aus der himmelsumgebung aufschluss geben über die schätze im untergrund die waffel so gleich hinüber rückgängig noch mal sehen ob wir die dadurch reparieren können war mal so ist nicht mehr so ok dann haben sie das gepatcht leider das klappt nicht mehr die waffen so auf die art zu reparieren war offenbar ein glitsch war also keine absicht obwohl das einiges erleichtert hätte muss man echt sagen wenn die waffen schon kaputt gehen so aber egal jetzt gucken wir erst mal ich glaube ich habe dadurch mehrere karten schon übersehen können also ich habe nicht immer noch eine kiste ausschau gehalten nachdem ich dann so ein konstrukt besiegt habe gerade am anfang auch nicht weil da wirst du es ja sowieso noch nicht scheinbar haben die immer irgendeine karte dabei so wo ist denn jeder schreien gewesen wahrscheinlich sind wir zu hoch da kennst du nicht erst der höhe schade das ist ja und günstig soll ich mich gefallen lassen nein klub wenn dann eher so nördlich sollte ich mich fallen lassen denn da war eindeutig da unten noch da war mindestens ein schreien da sind mehr ich will ist klar aber die man zumindest direkt gesehen hat den sieht man ja sowieso das haben die präsent der schöne drache da fragt mich nicht wieder heißt es ist ja kein richtiger drache das sieht zwar nur aus und riecht wie ein drache und spalt feuer wie ein drache naja in dem fall eis zwar aber so ein eisdrahen na eisdrahen spein meiste ist nun mal so so gehört sich so aber ja wo der schreien jetzt ist keine ahnung leute gucken wir mal das ist nicht zu dem drachen viel gut funktioniert wo war das wo ist hier noch ein schreien folgt ihn gesehen habe nicht viel ausdauern wenn es lange zu überlegen naja der musik zum turm dann lasse ich mich jetzt zum turm ja stimmt die könnte mich ja jederzeit auch teleportieren lassen muss ja nicht sterben gut dann geht noch mal zum turm vielleicht sehen was von da aus kann ja sein jetzt ist die sicht relativ gut die war schon schlechter und dann machen wir auch versprochen demnächst wieder weiter beim wirbelsturm ganz klar denn jetzt müssten wir da keine gefahr mehr befürchten durch die kälte zumindest nicht so seht ihr ein schreien das war das genau da waren wir ja ich sehe kein schreien mehr krass oder die sind einfach zu weit weg dass ich das jetzt nicht sehe oder verdeckt durch die ruinen da da ist einer der ist bei den orni oder ist das nicht schon bei den orni ach man ich schaff das wieder nicht habe ich noch einen ausdauertrank kann ich mir schnell ihn zusammenbauen das macht ausdauer füllt die ausdauer auf die reißbällchen füllen die ausdauer auf probieren wir mal ich probiere mal klappt kann er dann in der luft essen sie heilen mich auf jeden fall oh ja sie fühlen auch die ausdauer auf ok das hat mir jetzt den poppes gerettet da sind wir schon bei den ornis ok oh gott oh gott schaffen wir das schaffen wir das nur nicht zu weit runter ich mein bisschen fliegt da ja auch nach vorne jo wir sind bei den orni gelandet jo dann haben wir das schon freigeschaltet das ist nämlich gar nicht so doof darf der orni naja das ist nämlich gar nicht so doof dann haben wir hier wenigstens einen wegpunkt schon mal freigeschaltet nochmal sehen was das für ein schreien ist rein in den schreien ins warme sehr cool ja sieht aussieht damals ne ja cool mach ich erst die quest oder mach ich erst oben weiter denn anschließend hm ich weiß noch nicht ritt auf dem wind auf dem wind sind wir reiten neujo machen wir das mal ich muss ganz kurz mein polis machen bin gleich wieder da und weiter gehts leute dann lassen wir uns mal von dem wind hier treiben oh gott und vom abgrund nicht geschafft riesiger roter ein riesiger fan dadurch auch verstehe ähm dann schläge mich mal hier hin hochgeschafft cool na komm das war doch die man sich richtig positionieren muss ne war es denn doch ein rätsel alles klar aber jetzt nur runter ne richtig oh ja wo ist hier die kiste leute das ist die frage mal wieder die zentrale frage um die sich alles dreht oh hier muss man sich ich kann nicht nur einen sturzflug machen nur muss man sogar moment 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 hier soll ich rauf oh gott was ist das das war fies oh jetzt gibt es kein schaden nehme schon irgendwelche monster mal wieder sind konstrukte hier ist nichts doch da ist lang oder ne ist nichts hab doch monstern gehört konstrukte gehört naja die sind eine etage tiefer ich verstehe da sind sie oh ne das zerbricht gleich so klar der ist gefährlich natürlich ah ich weiß nicht ich sehe ich nicht ruhig stehe hier sehr schön hat alpha mittelblock schwert das zerbricht oh leider mächtiger konstrukt oh wir haben hier einen schönen na dann schmeißen wir den noch raus hier richtig haben wir das richtig gemacht ja sehr cool nur einen besseren bogen bekommen sehr geil so ist ok was heißt nur cool ah der schießt ja auch ähm soll ich den platten machen wozu eigentlich das unnötig oder naja vielleicht kriegen wir ja von dem neue waffe obwohl ne oder auch nicht hm wo jetzt hier hoch wissen wir ja nochmal eine kiste ne nö 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 ok aber sehr cool ein schöner schreien auch wieder gewesen und wir haben wieder einen waffenplatz frei na das muss man auch wieder als chance sehen hm sehr cool Leute und wir haben das dorf der orni damit quasi freigeschaltet ne 25 geil hm 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 hier wird ja so ein kleiner schreien sein ne 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 schreien das war unsere herzen aufwerten können mittels der segens lichter bestimmt klar weil man dörfern über den grund nicht mehr gesehen aber jetzt rein leute ja die hundert sind voll sehr schön sehr geil danke 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 würde wirklich mal sagen mit diesem jubiläum der crocs können wir die folge ganz gut beenden denke ich mal also dann bye bye ciao bis zum nächsten mal euer shark lasst euch gut gehen und falls euch die folge gefallen hat wisst ihr ja lasst ein like genorden da bis dann